Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und wir haben wieder was Neues, was wir uns anschauen können. Nämlich hat Foxy Badger ein neues Outfit rausgehauen, das wir uns zusammen einmal anschauen können. Das sieht so ein bisschen rittermäßig aus und das zeige ich euch jetzt nämlich einmal. Moment. So, hier das Ganze, das Amor Set. Und es hat nicht nur eine coole Rüstung so als Maske, sondern eben auch die ganze Rüstung eben auch als diese Abschwitzdecke eben. Also wenn man da so dann als Pferd drum läuft, sieht man richtig cool gepanzert aus. Also keine Ahnung, wie ihr das Ganze findet, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und während wir noch mal ein bisschen in das Ganze hier reinschauen, in unser aktuelles Haus. Von dem wir übrigens gerade mal auch ein neues Bild machen müssen. Weil wir ja jetzt fertig sind, haben wir natürlich da noch ein bisschen was zu machen. Und es wird wirklich eng langsam von den Sachen, die wir noch reinbauen können. Ihr habt ja miterlebt, ja, ist alles ein bisschen tricky. Hier, wir müssten mal gucken, dass wir vielleicht mal ein schönes Bild davon machen. Jetzt wollen wir mal so das Ganze ein bisschen drehen. Das ist ja ein bisschen schwierig, gerade mit diesen... So, ich glaube, so müssten wir eigentlich gerade... Ich versuche nämlich so ein bisschen schräg von vorne das Ganze zu machen. Jetzt ist man natürlich wieder nicht schräg. Verdammt! Nein, was ist das denn, die jetzt passiert? Oh no! Okay, also ich glaube irgendwie... Was ist das denn? Moment, was passiert denn da gerade? Ah! Oh no! Ja, ich sehe gerade, was haben wir denn hier eigentlich gemacht mit dem Dach? Ja, stimmt, ich erinnere mich, es war ja damals, als wir noch Probleme hatten, so ein bisschen. Ich glaube, das geht auch gerade tatsächlich nicht anders. Wir lassen das mal lieber so, wie das war. So. Oh, dann gucken wir mal, dass man noch so ein bisschen so das ganze Haus mal drauf ging. Irgendwie, das Problem ist, solche Bilder macht man am besten am Handy, weil auf dem PC haben wir dann so ein bisschen Probleme, das Ganze so ein bisschen zu drehen. Das Drehen ist sozusagen das, was so das Schwierige ist am PC. Ich würde nämlich am liebsten, wenn ihr das versteht, was ich vorhabe, so ein bisschen... Ihr seht gerade, dass wir dann immer so einen krassen Break direkt bekommen. Ich würde nämlich ganz gerne das Haus so ein bisschen schräg von vorne aufnehmen. Jetzt haben wir das Ganze wieder nicht ganz... Weil man zoomt da immer so komisch raus. Okay, wir gucken mal. Ich kriege es nicht hin. Ah, doch. Oh, doch, 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 das... Genau so wollte ich das eigentlich. So. Finally haben wir so ein Bild. Das wäre nämlich der Plan, dass wir das Ganze dann so haben. Wenn wir jetzt nämlich, dann darf man mal so ein Bild machen. Das wäre nämlich eigentlich perfekt. Das ist mir nur gerade eingefallen. Wenn wir jetzt hier auf Publishing gehen, wir nochmal von vorne anfangen müssen. Nein! Ach ja. Ja, wir machen das dann wahrscheinlich einfach so hier, weil das ist nämlich eigentlich auch schon ganz nice, wenn man das so hier sieht. Machen wir hier so ein Bild von. Und da sieht das Ganze nämlich schon deutlich besser aus. Machen wir hier nochmal ein Versions-Upgrade. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht gemacht. Aber wenn, habe ich es auf jeden Fall schon mal vergessen. Und... Während hier außen irgendwie so das krasse Auto vorbeifährt, gehen wir nochmal in die ganze Gegend rein und gucken uns mal an, was wir noch so machen können, ohne jetzt großartig vielleicht viel unterzubringen. Also wir haben ja bei den aktuellen Sachen... Das Bild wäre perfekt. Also es fehlt bei den zwei Zimmern hauptsächlich noch was. Das Bad, da müssen wir wahrscheinlich gucken, dass wir da sehr, sehr spartanisch reingehen beim zweiten Bad. Das wird dann... Mal gucken. Ich glaube, dass wir das zweite Bad tatsächlich erst mal so lassen. Also ohne etwas drin gerade. Mir fällt gerade auf, dass wir hier oben noch eine Wand vergessen haben. Oh mein Gott. Da fehlen tatsächlich noch drei Wände gerade. Die müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Also das Ganze kriegt safe noch einen Feinschliff hier. Wir brauchen noch drei Wände. Eins, zwei, drei. Die brauchen ja Gott sei Dank. Hä? No! So. Deswegen seht ihr auch, warum ich das meistens immer baue ohne das Dach. Oh mein Gott. Das ist nämlich ganz schön schwierig zu platzieren. Ihr seht es gerade selber, dass wir hier komplett ineinander alles stehen. Oh! Und jetzt, finally. So. Genau so sollte das nämlich aussehen. Und dann müssen wir nämlich jetzt noch gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Punkte übrig. Hier, wir haben hier unser Bett. Was wir hier aber auf jeden Fall reinmachen, ist quasi... Ähm... Ja... Was kostet denn der Tisch? Auch nur einen Punkt, das ist in Ordnung. Dass wir den Tisch reinmachen. Und den Stuhl. So. Mach mal einmal den Stuhl. Der kommt hier rein. Oh mein Gott. Das wird so ein knappes Ding werden, alles. Oh mein Gott. So, wir haben den Tisch. Wir haben den Stuhl. Und dann machen wir jetzt noch so zwei Schränke rein und einen Teppich. Und dann sagen wir erstmal okay. Ähm... Wir lassen das Ganze, weil ich glaube einfach, ähm... Dass wir... Ansonsten zu krass Probleme kriegen mit dem Außenbereich. Sobald wir... Ähm... Ein Mülleimer muss sein. Ein Mülleimer muss sein. Und... Ich hoffe, dass die beiden Schränke nicht zu viel verbrauchen. Oh Gott, eins. Sehr gut. Puh. So, dann haben wir hier noch den einen Schrank. Und wir machen noch den kleinen Schrank. So. Dann ist das nämlich hier das Zimmer. Wo wir dann sagen können, das ist... Dann nehme ich so zumindest einigermaßen fertig. Mülleimer. Und... Und... Den Arbeitsstuhl. Dann haben wir... Dann haben wir... Unsere Schränke. So. Dann können wir sagen, okay. Das Zimmer ist soweit fertig. Ist jetzt nicht perfekt. Aber wir haben einfach wirklich gerade keine Möglichkeit mehr großartig was unterzubringen. Das Klo bekommt dann noch so ein bisschen den Feinschliff rein. Wir haben jetzt noch... Ja, ich hätte am liebsten 300 Punkte offen. Also 75 Punkte für das hier und das Bad. Das ist... Das ist... Das ist der Plan. Also haben wir jetzt hier dasselbe wie eben gerade. Seite. Also... Wir haben... den Schrank. Dann... den Mülleimer. Wir machen einfach die selben Möbel einfach mal kurz rein und platzieren die dann einfach ein bisschen anders. den Teppich und das Bett braucht 13 Punkte. Ja, das zweite Bad wird auf jeden Fall ein bisschen unspektakulärer werden, aber das Bett ist einfach Pflicht. So, dann hätten wir das alles. Haben wir den zweiten Bookshelf eigentlich gerade reingestellt? Ich weiß gerade gar nicht. Aber nee, aber nicht. So, wir sind jetzt bei noch 59 Punkten, die wir haben. Und wir müssten noch hier den Homeoffice-Stuff machen. Also So, und den Stuhl. Kostet der Laptop eigentlich auch nur eins? Ja, okay. Aber zur Not kriegen sie alle am Ende noch Laptops. So, okay. Also das ist sozusagen alles, was hier reinkommt. Mal so weit, so gut. Das heißt, wir hätten jetzt noch 57 Punkte, die ich für den ganzen Klo-Bereich noch verwenden kann. Und dann wären wir da soweit. Ich mach mal gerade noch hier ein bisschen das Ganze, dass man hier das schon mal verwenden kann. Ich mach jetzt extra das Ganze ein bisschen anders, weil ich finde das immer ganz nice, wenn man sagt, okay, du hast das auf dem einen Hausbereich so und im anderen so. Dann können wir sagen, das Bett machen wir vielleicht haben wir am Ende dann auch noch ein bisschen was übrig, aber momentan sieht es so aus, als würden wir gerade mal so mit allem rumkommen. Aber wenn wir am Ende noch was übrig haben, dann kommt noch so was wie die Lampen oder so was dann rein. So. Damit haben wir jetzt quasi so die Zimmer fertig. Dann fehlt nur noch jetzt das Bad, was wir dann haben. als zweites Bad. Und dann können wir sagen, okay, beim nächsten Mal machen wir den Außenbereich fertig. Aber ich gucke mal gerade. Ja. Schwierig. Wie viel braucht denn der Fernseher? Oh, eins nur. Sehr gut. Das ist schon mal nice. Dann machen wir nämlich den Fernseher. Können wir schon mal reinpacken. Das wird wahrscheinlich ähnlich aussehen, das Bad, weil ist einfach vom Schnitt her angenehmer. Gucke ich mal gerade, ob das Fernsehteil, was wir da unten verwendet haben, ob das auch nur eins braucht. Ich hoffe. Ja, eins. Acht. Drei. Das wird eng. Uiuiui. Und drei davon. Nein, das reicht genau nicht. Ja, okay. Der Plan ist auf jeden Fall da, dass wir dann das Klo noch so gut es geht innerhalb dieser 44 Sachen bauen. Dann soll diesen Kübel und eben dann auch noch diese Lampen außen rum machen, dass wir das genauso machen wie in dem Bad da drüben. Das ist so der Plan. Und dafür haben wir jetzt noch 55 Teile. Das ist so der Plan, dass wir die verwenden. Dann haben wir noch genau 300 für den Außenbereich. Dass wir dann sagen, okay. So weit, so gut. Das ist sozusagen das Ganze, was wir dann fertig haben. Und dahingehend machen wir dann außen noch eine schöne Koppel hin, so gut es geht. Und vielleicht noch den einen oder anderen Sprung. Aber das ist erstmal so der Plan. Hier so eine größere Koppel. Vielleicht noch ein bisschen Wasser, ein bisschen Gelände. Ja, das können wir auf jeden Fall noch machen. Und dann gucken wir mal, was wir daraus noch alles so machen können. Eure Meinung dazu gerne in die Comments. Was denkt ihr, was sollten wir für die 300 Punkte bauen? Wenn wir mal schauen, dann haben wir bei Questrion ist ein Sprung immerhin fünf. Das heißt, so den einen oder anderen Sprung können wir auf jeden Fall noch hinbauen. Aber viel, denke ich mal, wird das nicht werden. Und dann gucken wir doch mal, was wir noch am Platz haben. Erstmal, wenn wir den größeren Bereich dann hier so gebaut haben. Machen wir hier so eine Koppel und dann noch einen oder anderen Sprung hin. Vielleicht machen wir auch einfach die Koppel hier so komplett außenrum. Aber ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die Koppel haben wollt, ob ihr sie ums ganze Haus haben wollt. Dass wir sagen, okay, wir machen das so rum. Das wäre ein Plan. Oder ob wir halt nur an einer Seite das Ganze haben. Eure Meinung dazu in die Comments. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020